Wir sind hier bei der Forma Betonkämmler. Mein Name ist Edwin Binder. Ich bin hier für die Fertigung zuständig. Wir haben seit Oktober 2015 den Factural Trail im Einsatz. Wir haben ein System gesucht, wo wir frei flexibel gestalten können, wie wir die Teile in die Hallen bringen, da wir verschiedene Materiallogistikwägen haben, wo wir die Fertigung beliefern. Und da war für uns das optimale System von Linde, dass wir hier frei in einem Plateauwagen das gestalten können. Wir hatten früher in den Fertigungen direkt die Materialien gelagert in großen Losgrößen. Heute haben wir ein zentrales Lager. Hier wurden die Teile in Einzelstückfluss an die Fertigungen gebracht. Der Hauptvorteil sind die erheblich geringeren Lagerbestände durch diese Just-in-Time-Belieferung. Wir stellen auch schneller natürlich Missstände fest, wo zu viel oder zu wenig Material in der Fertigung unterwegs ist. Das haben wir durch den Logistikzug jetzt erreicht, dass wir dann diese Kleinteile in Einzelgrößen liefern können. Dadurch haben wir natürlich in den Fertigungen die Lagerbestände erheblich reduzieren können und einen sauberen Materialfluss.